Hallöchen und willkommen zu unserem Portal Let's Play. Wir sind in den letzten Zügen und der Cyrus stapft schon mal vor. Und wieder zurück. Was war das denn? So jetzt aber, jetzt geht es richtig rund. Hu 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 hu. Wie angeflogen. Ja. Da rein. Da rein, genau. Und? Du hast ein Loch irgendwo. Halt da. So, Abschnitt 6. Oder? Ja, ne? Ja, denke schon. Hup. Ha. Jetzt wollen wir uns nicht am Content eingeblieben. Ne, ich auch nicht. Dafür haben wir am Rand lang geschliffen wahrscheinlich. Und kann man wahrscheinlich raus polieren. Puh. Also, der Ladebildschirm mag die Framerate ja überhaupt nicht. Na ja, gut. Du meinst die Framerate mag den Ladebildschirm nicht. Ich denke, wir sind gegenseitig. Okay. Eine gegenseitige Abneigung. Ach ja. Ach ja. Genau. Ha, das Glitters. Genau. Da war es. Hup. Ja, mach mal da unten. Oder hier? Okay, hier. Ah, da unten kommt ein Würfel. Warte mal, ich klau mir mal ganz kurz dein Portal hier. Ja, mach. Ach so, ist schon durch. Entschuldigung, falsche Taste. Oh, haben wir einen Laser. Aber der geht auf eine unabnehmbare Fläche. Ja. Ja, da würde man wahrscheinlich springen müssen. Ist hier irgendwo ein... Guck mal, hier unten sind zwei so eine Flächen. Da drüben haben wir noch eine Fläche mit einem Pfeil drüber. Ja, da kam die Kiste gerade hier, der Würfel raus. Ich denke mal, dass das hier dann auch so eine Art Schanze sein soll, oder? Ja. Aber das sieht so aus, irgendwie. Gucken wir dann eventuell, wenn wir den Dreck beschleunigt haben, den quasi über das Vieh dann da rüberschießen. Okay, das klappt schon mal nicht. Versuchen wir es einfach mal da hin. Und dann da hin. Mal gucken, ob das von der Geschwindigkeit her reicht. Ah, ja. Nicht schlecht. Nochmal. Okay. Mal was gründlich. Schau mal wieder blöd da hin. Du bist gerade an der Kamera. Nice. Passt. So. Wenn wir jetzt da mit dem Würfel durchgehen, ist er weg. Ja. Aber wenn hier jemand da unten da durchschießt und dann das Portal wechselt, also das, was da ist, dann da hin, dann tauscht der Würfel immer nur hin und her. Ja. Du willst ihn quasi in so einer Art Schwebe halten. Ja, wenn das klappt. Wenn er nicht mal geringer wird. Hallo? Hä? Was ist? Ja, weil du irgendwas gemacht hast. Das ist nur die Frage, wie wir die Roboters wegkriegen. Höchstwahrscheinlich mit dem Laser. Ja. 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 Und danach den Würfel gleichzeitig mit da durchschickst. Dann könnte ich versuchen, wenn ich da oben in der Schwebe bin, die Roboter abzuschießen. Ja. Also erstmal, wenn du da durchspringst, und dann... So, das mach ich mal hier. Ach nee, ich muss jetzt... Kannst du mir ein Portal drüber setzen? Danke dir. Schaue ich mir mal an, was da passiert, wenn ich da quasi... Danke. Ich hab nix, das warst du selber. Weil... Ah, ich verstehe! Ja, wegen... Ich... Einer muss hierbleiben sozusagen, der das dann... das ganze... streuert. Ja, okay. Also ein Reset. Mein unangefochtenes Genius hat mir dazu geschlagen. Das heißt, du musst da die Portale setzen. Kannst du mal eins senden da drüben? Erstmal musst du ummelden. Ja, hier hinsetzen. Das kann ich mir doch selber setzen. Wenn du da durch bist, dann muss ich... da... Okay, ich lande quasi direkt hier. Jetzt muss ich erst mal schauen... ...tun mal... Wow... Na ja, also... Dich hat der Würfel einfach verstanden. Ja, ja, ich weiß es. Ich hab... auch direkt in der Hand gehabt, aber... Ja, der hat einfach schnell irgendwie abgelenkt. Wo kam jetzt der Würfel raus? Da, wo der Pfeil ist? Da, der hat durchgefallen. Das bringt dir nix. Achso, du hast den dann quasi... Ja, okay. Wird der auch mit dem Knopf hier ausgelöst? Ja, ja. Mit dem Knopf und dann... Aber dann ist er ja durch das Emanzipationsfeld... ...geput. Ja, verstehe. Ja. Oh Gott. Du könntest mal gucken, ob du... ...wenn du hinter dem Emanzipationsfeld bist... ...und das schaffst, die zwei Portale darzusetzen... ...wenn ich verstehe. Ich verstehe. ...und... ...ja. Okay. Puh. Ach, ja. Doller Würfel. Puh. 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 Es ist machbar. Es ist machbar, okay. Denk ich. Problem ist nur, dass ich... Ah, so kriege ich ein Gerades hin. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch das richtige Timing dabei hinkriegen... ...den Würfel. Oh. Oh. Hahahaha. Voll. Huuui. 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 Huuuui. Huuu. 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 Hm. Ach, weiter. Hm. Oh man, was ne Scheiße. Es ist schwer zu timen, ne? Ja, es ist... in der Tat, schwer zu timen. Ah, puh. Hab ich. Du hast ein Portal gesetzt. Ja, ich hab ein Portal. Ah, fuck. So. Zumindest war das Timing gar nicht so schlecht. Ja. Ist du wieder soweit? Ja. Das, was ich gerade gehört habe, bei meinen Fingern geknackt haben. Puh. Ah, Mist, ich hab zu spät. Zu früh. Da hab ich das Portal gesetzt. Okay. Hi. Oh oh. Wow. Ich will, dass es für irgendeine simplere Lösung dafür geht. Bestimmt. Puh. So. Au. Hm. Was war? Bist du noch hoch genug, der Sache? Ja, ich komm sogar teilweise höher. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Bleiben wir mal in dem Zustand. Ich muss mal schauen, dass ich dann das Richtige... Aha. Wow. Hat sogar funktioniert? Wieso denn das? Verstehe ich zwar nicht, aber ist cool. Was muss ich mir dann in der Wiederholung mal anzählen? So. Brauchen wir ihn noch? Nee, wa? Wow. Na ja, cool. Hat funktioniert. So, du müsstest mir... Ups. Genau. Perfekt. Rieber, rieber, randele! Hu 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 hu. Au. Hahaha. Wir sind ultimativ aufgeregt. Mhm. Wow. Ist auch schmiss. Ist ja nichts mehr mehr mit das Mandeling. Hahaha. Ne, nur noch per Knopfdruck. Ja, so bist du also aufgebaut. Mhm. Interessant, ne? Nur noch ein weiteres Test nach dem nächsten Mal. Ich weiß, dass deine Kors aus der Calculation-Maschinen benutzt werden. Für einfache Mathematik-Operationen und nicht für die Testung. Aber wenn wir die Menschen retten können, ich versuche dir etwas zu geben. Vielleicht sogar zuerst. Ja. Jetzt wieder so ein Beschleunigungsfeld. Mhm. Wo müssen wir denn eigentlich... Aha. Hin, da ist das Exit. Achso, wir sind da oben. Es kommt wahrscheinlich ein Würfel raus. Mhm. Und dass die Brücke hält nur, bis der Kreis sich wieder geleert hat. Und weg. Schlotz, schlotz, schlotz Ah, warte mal kurz Du musst mir wahrscheinlich das Portal umbauen und dann schnell rüber zum Schalter rennen So, machen wir uns erstmal einen Beschleuniger hier Genau, andere Seite noch Das war das jetzt, so Äh, du hättest auch oben Das ist vielleicht einfacher Huch, sollte das, ne? Ja Das ist mir ganz, das ist mir ganz ein Monitor So, boink Das ist jetzt aber blöd, weil ich kann das Portal nicht ändern Verstehst du, du musst mir dann hier oben das Portal setzen und schnell hinterrennen, um die Brücke zu aktivieren und dann den Würfel, damit ich ihn fangen kann Verstehe Okay Go Bin schon, am Weg Ja, okay, 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 Würfel Kommt Runter da, runter da Ja, so, jetzt Sehr gut In case you're worried about the humans, don't you Ja, that's war doch Simple They are all monsters Ja, vielleicht Let's bet I believe the ratio of good test subjects to monsters is about a million to one Ein Monster So, so The human vault is just passed that open I entered the security code, but the vault door remains locked I am going to need you to activate the manual locks on the vault door itself Oh, cool Was hast du gemacht? Nix, da oben kam ein Tropfen blaues Schlotterzeug raus Ah Was kann ich denn hier? Ah, hier ist ein Beschleunerungszeug Da ist der Dings hier wahrscheinlich für zuständig Drücke mal Schlotts, Schlotts, Schlotts Na, da gehört's wahrscheinlich nicht hin Aber da oben Ja, ich seh auch gerade, was du meinst Nur, wir kommen oben rein So Ja, genau Mann, sind wir klug Wir sind so klug K.L. Luca Ich hoffe, ich überdecke jetzt nicht das blaue damit Achso, es kommt ja eh immer neu Es kommt immer neu, ja Und es reicht eh Oh, nice Da kann man ein Portal setzen Und da unten kann man auch ein Portal setzen Komm, dann muss man wahrscheinlich irgendwo runterspringen Da geht's nicht weiter, oder? Hm, ich glaube, dass wir darüber kommen, ne Schuhe Aber wahrscheinlich Hm? Ah Hm Hm Ach, ich weiß Oh, ich wollte einen High-Five machen Oder High-Free High-Urgendwas Ach, jetzt ist er auf Ach Der Volt Hm Werden wir die Menschheit jetzt im Testwarnfunkler so setzen? Natürlich Hm Hm Hier drüben ist es auch nochmal Das ist aber zu Also hier drüben Ich schlotze erstmal hier alles voll Da schauen wir uns was jetzt Ich komm nur nicht hin Das ist ein Ventil Da oben Also im Endeffekt müssen wir das so machen, dass wir hier auch wieder ne orangen Strecke haben Mit nem blauen Hm Da oben sind zwei Schalter Ja Muss man mal dagegen springen, oder was? Schau Also hier drüben konnte ich ein bisschen mit dem orangen Beschleunigungszeug Abtun Da oben ist wahrscheinlich dann was zum Portal machen, oder so Äh Das funktioniert? Nein Mehr Anlauf Mehr Anlauf So Aha Da hinten sind jetzt die Schalter auf einer Höhe Und da hinten ist ein Würfel Äh Da brauchen wir auch Zeug, damit der da runterrutscht Ich geh mal runter Warte ich mach das Ja aber einer muss eh runter Ja äh Wir haben hier noch Dinge ins Na ja alles cool Du musst nur ein blaues Portal in dunkelblaues setzen Ach wo? Ach da hier unten, ja Check Tatsache Es rutscht einfach So, bleib mal oben Okay Bauen wir das Ding oben? Ich weiß nicht, hier unten ist ja das Emanzipationsfeld Ach so du hast ihn runtergebrochen Ich hol ihn Ja Da hinten ist es Override Hier ist ein Pfeil Ach da ist auch noch Feld Gegenüber da kannst du noch ein Portal setzen Ah Ah Okay Ja hier geht's runter Vielleicht muss man den Würfel hier nur einmal durchschubsen Rutschen lassen, dass der die alle deaktiviert Verstehe Der ist ja jetzt Mit dem Zeug ummantelt Jo Der hat da irgendwas Tatsache, ja Ach der hat das hier Der klappt die Telle hier hoch Iiiiih Okay Das heißt aber auch, dass wir hier eventuell mal Naja wir müssen halt nur schnell dann wieder zurück Mach mal bitte nochmal Wo ist denn der? Ach der war oben Wir müssen den nochmal einschloddern Soll ich hier nochmal hellblau und duckelblau? Genau äh da duckelblau Hopp Puh 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 Äh Ah so So wir haben noch Stutterwürfel So dann halt da rüber Ähm Mach doch hinter uns Ach so Ich fürchte, dass wir das brauchen Aber wir schaden kann es nicht Hopp Ich denke zumindest Was wir brauchen werden Dann Komm mal rüber Und dann machen wir da unten eins hin Und dann machen wir da unten eins hin Duckelblau Genau Vorsicht Duckelblau Vorsicht So So und dann Puh Sag mal da los rutscht Er rutscht Und dann beide gleichzeitig drücken Drei Zwo Eins Ah Ah zu spät Puh Warte mal kurz Hast du noch gebraucht, hast du wieder einen neuen Würfel, oder? Ja Das ist nur was ich glaube, du musst direkt Direkt loslaufen So, Schlotter Mach Schlotter go Falsches Dann mal ich probier mal was Ich kann ihn so ein bisschen schubsen Kannst ja auch Tab drücken, dann siehst du, wenn ich ihn noch loslasse Ja Komm dann sofort zurück einfach Ne, bleibt stehen Jetzt Go, go, go Bist du auf meiner Höhe? Ja Huch, das war knapp Bei dir nicht Bei mir nicht, ne Stop failing You need to find the Volt door Ah Was hab ich mal irgendwie So, anscheinend nicht Wir sehen die Volt door doch, du Füllte Maschine Ich hab den Link so nicht gedrückt Jetzt nochmal bitte Uuuuuhh Kommt Läuft Vollförtlich Kann man den Weg dahin noch beschleunigen? Eigentlich nicht Ah Können wir mal probieren, ob wir Was passiert, wenn wir da noch ein bisschen Schlotter hin machen Mach mal da ein Dosen außen Ich muss jetzt mal wieder Schlotter Geh, ich geh mal runter Naja, ein bisschen Vielleicht hilft es beim Rutschen Gut Sonst geht's nicht mehr Okay, bereit? Mhm Na, ich bleib stehen Uuuuhh Wann los? Bist du neben mir? Knapp Und Drück Hat geklappt Wie ein Jackpot Wie ein Jackpot Irgendwie schon, ne? Ach, jetzt müssen wir auf der Ahrenseite loslegen Donderwurst, ey Aber guck mal Naja, das Habe ich mir gedacht, dass das passieren wird Zeug Wir werden anscheinend auch mit voller Karo gegen die Volture springen Aha Geh mal drauf Oh, da ist ein Portal Da kann man wahrscheinlich da oben raus Hier ist ein Traktor Stahl Okay Was passiert hier? Hm? Wenn du das drückst Achso, hier Blau passiert dann Ne, da drüben Ne, du wirst jetzt nichts Das ist nur das hier Doch? Ja, ich hab zwar von diesem hier gesprochen Ach so, den Knopf meint er Den Knopf, genau Warte mal, da kann man vielleicht Wasser, ne Da kannst du nicht sehen Ja, dass wir die Tower Da Weg machen, wenn wir da oben das blaue Zeug rauffallen lassen Hallo? Oh Was ist hier unten? Ach, reicht nicht Oh doch Aber ich werde, glaube ich, abgeschossen Ja Au Stop doing that All you need to do is open the vault door Ah Jetzt, dass ich jetzt gerade erst W Ist wer da? Jupp Lasst mich mal was probieren Ich würde zu einer Seite beim어가men springen Ich will zu einer Seite beim weg Das aid' sei dich Äh So Ein Moment Und wir machen jetzt erstmal eine Pause und machen dann weiter. Okay, eine Pause. Jo. Jupp. Bis gleich. Tschüss.